aus in Kahn was brauchen wir und Fertig die ja ja steht keine Ahnung haben ob Frauen Pils mehr er hat ja braune Pilze ein Grund nach 20 Wochen kennen wir sehen nur braun und keine roten macht der Pilze dann verhungerst nicht Ja, würde ich gerne machen, aber ich würde ein paar rote schon gut finden. In der Höhle waren ein paar rote Pilze. Auch. Cool. Ah, ich habe keinen Eimer. Ich kann keinen Weizen bauen. Hm. Echt? Ich würde für. So, ich stehe einfach mal schnell, ganz schnell runter. Boah. Woanders ist mir eine Treppe besser gelungen. Sag ich jetzt schon. Oder sieht es gar nicht aus? Ich weiß es nicht. Nope. Gar nicht. Geil. Ich habe schon wieder kein Ding jetzt. Oh, ich werde Holz gekrafen. Schon wieder müde. Ich baue mir einfach hier in den Berg rein und dann mache ich das weg mit Dirt. Dann sieht man das nie wieder. Oh, cool. Unter dem Baum ist doch eine Höhle. Ah, das ist für eine geile Höhle. Jetzt mal tief. Und ich mache hier unten mein Ding jetzt. Meine, meine Farm, meine Pickfarm. Na, Baum? Du musst jetzt leider weg. So, jetzt habe ich schon mal ein Cobblestone. Weg hier runter. Das sieht sehr cool aus. Jetzt mache ich jetzt mache ich noch hier die Umkleinung und dann ist es fertig. Sieht zwar kacke aus. Vielleicht mache ich das ja auch irgendwann mal zwei bereit. Oh, nee. Oh, guck mal, wird gleich wieder dunkel. Was? Schon wieder? Ja, ohne Müll. Ich renne jetzt. Ich renne jetzt in diesem fetten Dirtberg. Warum ich da kurz ein? Ja, denkst du, ich möchte jetzt nochmal sterben? Weißt du, das ist ja alles Bayer? Hm. Oh, nicht aber wieder. Wow. Oh, dann ist schon der erste Mongo-Zungie. Ich habe keine Kohle. Oh, nicht. Ich habe keinen Stein. Ich habe keine Kohle. Ich mache das selber Holzkohle. Die willst du ja du mit hoch bringen. Ja. Du Creeper-Experte. Was du noch so gesagt hast, oh, da ist ein Creeper und dann bam. Mach ich mir jetzt auch Holzkohle. sie zu sch vor allem muss kommen ich nicht und zwei kohle ein kohle ja ich hab noch ein kohle gestärkt bei mir auch das kann ich schon acht fucking machen warte mal zwei mal vier ist 16 zwei mal vier jungen ja 16 ja ist 16 einmal vier du meinst vier mal vier nein zwei mal vier ja komm ich auch zwei was denn hier auf meiner Tastatur des Malzeichen okay ja bei mir ist es auf der rechten Seite auf der rechten Seite sind nochmal ein du meinst ein Numpet ja ich bin ja auch mit Rocks ja bei mir ist es auf jeden Fall da über der neuen ob es bei dir auch so ist weiß ich nicht wir müssen ein Sternchen cool ja ja jetzt zeig ich bin ja auch so kacke aus nein nein verdammt Ich muss jetzt erstmal so lassen Ah ja, so hässlich sieht es gar nicht aus Finde ich Sieht gar nicht hässlich aus Okay, ich nehme alles zurück Könnt ihr mal in die Kommentare Schreiben, wie ihr es findet Hässlich oder mittel oder scheiße Bescheiden meine ich Du bist ein Größer Das bräuchte ich Wolle, dann würde ich hier noch zu Fußabtreter machen Oder hier Habe ich Seide? Nein Aber es wird so langsam die Farm anfangen Die Farm würde ich gerne auf dem Baum haben Hier so, also hier oben so Hier kommt nochmal ein Wohnhaus, wo ich schlafe Hier unten ist mein Arbeitsplatz Ja, so mache ich das Eigentlich könnte ich ja schon mal drauf gehen und jetzt gleich bauen, aber Moment Moment Mein Boden Ich denke jetzt bei uns Juch, hab ich das gemacht? Hier? Hier? Oh wirklichamba Jaaah Ah Ich Ah Oh 것 iu Das ist Ich muss mich so weit weglaufen, damit mir alles so gut ist Ich knasche mal ein bisschen ab Ich habe nur im Bett Nein, wir hätten keine Schafe, aber wenn du eine Schafe findest, holt sie ab Mann Ist der Creeper weg? Was ist immer noch im Baum? Äh, im Dirt Dingens? Hm Ist er jetzt hell Hm, da sind wir echt die Creeps da draußen Das ist wirklich hell Und wie viel wird man noch mal zählt? Ich will und nichts wetten, Junge, aus dem Höchtern, so ein scheiß Mini-Zolle von meiner Türkloppen Ja, dann geh mal raus Nö, aber ich geh mal schon mit dem Barschen Ja, der Dürfe Der Dürfe Der Dürfe Ich muss ein falsches Holz, ist egal Ich muss hier eh erstmal ein bisschen abholzen Hier unten brauchen wir ja kein Holz So einen großen Baum würde ich auch gerne noch nehmen Oh, die Spitze gehört noch kein Schmerz aus Oh, die Spitze gehört noch kein Schmerz aus Oh, die Spitze gehört noch kein Schmerz aus Was kann man denn alles mit Kakaobohnen anfangen? Ichse Was? Ichse Ichse? Ichse Achso Ja, die bringen einen halben Herz Nein, eine halbe Keute Oder eine, weißt du nicht ganz gut Riecht aus, eine halbe Riecht aus, oder? Riecht aus, oder? Ich bin ein oder eine halbe Das bringt's Aber ich bau sie trotzdem an, wenn ich es drauf habe Aber erst kommt Weizen Wenn du Hühner fändest, zöterst du die mal nicht, dann sammle die Eier Wie brauch ich denn? Ich hab mal kein Öl da gefunden, ich hab bis jetzt nur... Rinder gefunden Na Katze? Ich bin richtig böse, ich fah- ich äh... Ich äh... Ich äh... Ich äh... Wie heißt das? Ich heute den Urwald ab... Ich äh... Ich äh...